Hallo Saints, ich bin der Kai Groner von New York Mets und ich versuche euch jetzt mal ganz kurz zu erzählen, wie ich am besten im Ball schlage. Die wichtigsten beiden Dinge für mich sind Balance und Timing. Balance kriege ich dadurch, dass ich mich in einem sehr guten, breiten, athletischen Schritt zur Platte hinstelle. Und dass ich die ganze Zeit versuche, meine Balance wirklich zwischen den Beinen zu halten. Zwischen den Beinen muss euer ganzes Gewicht sein. Das Timing bekommt ihr, indem ihr euch früh vorbereitet, dass ihr den Ball schlagt. Das heißt, bevor der Pitcher mit den Händen nach unten geht, müsst ihr in einer Position sein, um fertig sein, den Ball wirklich mit aller Wucht zu treffen. Das heißt, wenn der Pitcher nach unten geht, lade ich mich auf und dann versuche ich mit aller Kraft den Ball natürlich nach vorne wegzuschlagen. Wenn ihr frühzeitig unten seid, könnt ihr den Ball lange sehen und so könnt ihr euch vorbereitet auf den Passball oder einen Off-Speed-Pitch. Und so habt ihr vernünftiges Timing, Balance stimmt alles und ihr könnt falsch machen.